Jens Söring, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also der Mann, der zum ersten Mal in den Knast ging, da war er noch keine 20 Jahre alt und älter als 50 Jahre, als er dann schlussendlich ein freier Mann wurde. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich heute Morgen bei Ihnen sein darf. Es freut mich. Jens Söring, wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne mit ein paar Zahlen beginnen. Was sagt Ihnen die Reihenfolge 179212? Das ist eine Gefängnisnummer gewesen für den Großteil meiner Haftzeit. Zum Ende hin bekam ich dann nochmal eine andere 1161655. Es gab dann so viele Häftlinge, dass sechs Zahlen nicht mehr reichten. Sie mussten sieben Ziffern haben. Okay. Diese Nummer, war die irgendwo aufgedruckt? Man hat so einen Häftlingsausweis und auf jedem Brief muss sie drauf sein, auf jedem Formular, was man einreicht, immer die Häftlingsbehandlung. Was sagt Ihnen die Zahlenfolge 12284? Also 12.284. Das sind die Anzahl der Tage, die ich in der Haft verbracht habe. 12.284 Tage. An wie vielen Tagen haben Sie gedacht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr? Also in der Nacht des Fehlurteils gegen mich, am 21. Juni 1990, habe ich versucht Selbstmord zu begehen. Mit der Plastiktüte? Mit der Plastiktüte. Das wäre also eine Nacht gewesen, ein sehr dunkler Moment. Und dann gab es drei Monate im Jahr 2009, wo ich wirklich keine Hoffnung mehr hatte. Aber eigentlich ist es so, im gesamten Rest der Zeit, also 33 plus Jahre, hatte ich immer etwas, wofür ich kämpfen konnte. Okay. Hat das möglicherweise auch damit zu tun, damit sind wir bei meiner letzten Zahl, 424, dass sie es dann schlussendlich doch geschafft haben zu überleben? Also 424. Was ist das? Ich habe es irgendwo gelesen, vielleicht stimmt die Zahl auch gar nicht, dass sie 424 Klimmzüge am Tag geschafft hätten. Ja, 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 ja. Das stimmt, das stimmt. Mit anderen Worten, Ihnen war klar, Sie sind ein eher schmaler Mensch, kein Muskelbepackter, vor dem andere irgendwie Angst haben. Sie mussten etwas tun, damit Sie nicht als allererstes ein Opfer werden. Wir sind im Radio, ich war gerade dabei anzubieten, mein Hemd auszuziehen, um Ihnen das Gegenteil zu beweisen. Aber es ist ja tatsächlich so, als ich reinkam ins Gefängnis mit 19, war ich so eine Art Nerd. Mit ganz kleinen Armen und wie Sie es gesagt haben, ganz schmächtig. Dicke Brille. Und genau, diese riesige Hornbrille. Und dann musste ich, wie verrückt, Klimmzüge machen und Handeln stemmen, um mich zu verteidigen. Also die Rechnung war ganz einfach, etwa 10% derer, die im Knast sind, die machen dieses Fitness- und Handeltraining und bauen Muskeln auf und werden stark. Und 90% machen gar nichts und dann sucht sich derjenige, der Täter sein will, unter den 90% sein Opfer aus. Genau das ist es. Denn es ist ja so, Häftlinge beobachten einander ständig. Denn jeder andere ist entweder eine Gefahr oder ein potenzielles Opfer. Und so schaut man sich alle anderen Menschen an. Und es ist ganz wichtig, in der Wahrnehmung der anderen Häftlinge nicht in der Kategorie potenzielles Opfer zu sein. Deshalb trainiert man sich Muskeln an. Die muss man gar nicht benutzen. Es ist einfach so, dass die Angreifer sich sowieso immer einen der Schwächeren aussuchen. Und wenn man Muskeln hat, dann wird man nicht so wahrgenommen. Okay. SWR 1 Leute heute Vormittag mit Jens Söring. Wir haben gerade ABBA gehört, die neue Single. ABBA waren, keine Ahnung, plus minus 30 Jahren aus dem Musikgeschäft draußen. So lange, wie sie drin waren. Und zwar in amerikanischen Gefängnissen. Sieben an der Zahl. Jetzt, seit zwei Jahren, sind Sie ein freier Mann, leben in Hamburg und sind, Frage, in diesem neuen Leben angekommen? Ja, doch. Ich bin aus meiner Sicht voll drin. Ich ziehe jetzt in sechs Wochen in meine erste eigene Wohnung. Mit Mitte 50. Mit 50. Das wird richtig schön werden. Mein erstes eigenes Zuhause. Ja, ich versorge mich selber durch meine Einkünfte aus dem Buchbereich und jetzt demnächst auch im Speaker-Bereich. Ich zahle Steuern, wie jeder andere und darf darüber auch meckern. Und ja. Staatliche Unterstützung haben Sie nie beantragt, nie bekommen? Warum nicht? Ich will frei sein. Ich will nicht wieder in neue Abhängigkeiten geraten. Ja. Und man entwickelt ja auch Selbstwertgefühl daraus, dass man sich selber versorgen kann. Wenn man mehr als 30 Jahre ein komplett fremdbestimmtes Leben führen muss, ist, wie lernt man selbstständig und frei zu leben? Ja, indem man es einfach macht. Es gibt diesen wunderschönen Ausdruck auf Amerikanisch, fake it till you make it. Man tut einfach so, als ob man Entscheidungen treffen kann und fällt ein paar und man merkt, die Welt geht nicht zu Ende. Welches waren die größten Hürden, über die Sie drüber mussten in diesem neuen Leben? Also ganz zu Anfang waren es ganz kleine Entscheidungen, wie an der Wursttheke, Edeka. Es gibt so viele verschiedene Sorten Wurst. Das muss man lernen, aber dann auch größere Entscheidungen über die Lebensplanung. Das ist das am schwersten, weil man ja nicht weiß, wie es ausgeht. Wie ist es mit der Tagesstruktur? Also im Knast, stelle ich mir vor, ist alles genau reglementiert. Vom Aufstehen bis das Licht wird zu einer bestimmten Uhrzeit ausgemacht. Wie haben Sie da umgeswitcht oder umswitchen können? Für mich war das relativ einfach. Glücklicherweise habe ich ja 33 Jahre lang sehr, sehr hart gearbeitet im Gefängnis an meinem Freiheitskampf. Die allermeisten Häftlinge haben ja nicht so viel sie kämpfen können. Und das macht ihr Leben sehr, sehr schwer. Sie verbringen also den Tag damit, im Bett herumzuliegen und Fernsehen zu gucken und Karten zu spielen. Aber ich hatte jeden Tag einen Job. Ich habe tausende Briefe geschrieben. Ich habe Bücher geschrieben. Ich habe mich vorbereitet auf die Freiheit. Ich habe unendlich viele Berufungen und Bewährungseinträge eingereicht. Ich hatte einen Job. Und jetzt, wo ich frei bin, bin ich immer noch in diesem Arbeitsmodus drin. Ich bin das gewohnt zu arbeiten. Und ich stehe früh auf und treibe Sport. Und dann geht es los in den Tag. Und manchmal dauert der Tag sehr, sehr lange. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie im Knast Tai-Chi-Kurse gegeben haben? Tatsächlich, das habe ich getan, drei Jahre lang. Okay. Wie sind Sie dazu gekommen? Nach der Veröffentlichung meines zweiten Buches wurde ich sechs Wochen lang in die Strafzellen verlegt, um mich davor abzuschrecken, weitere Bücher zu schreiben. Okay. Und dann bin ich rausgekommen, weil ich die Presse kontaktiert habe. Und da war die stellvertretende Gefängnisdirektorin ganz entsetzt, dass ich so viel Macht hatte, um mich selber zu befreien aus den Strafzellen. Und um mich zu entschädigen, hat sie mir gesagt, ich könnte mir jeden Job aussuchen, den ich wollte. Im ganzen Gefängnis. Und ich habe gesagt, okay, dann möchte ich gerne eine Tag-Chi-Klasse führen. Und sie konnte nur Ja sagen. Und das durfte ich dann drei Jahre lang machen. Und es hat funktioniert? Ja. SWR 1 Baden-Württemberg heute Vormittag mit unserem heutigen Leutegast, mit Jens Söhring, 1990 verurteilt wegen Doppelmordes an den Eltern ihrer damaligen Freundin, so zweimal lebenslänglich. Eine Tat, die sie bis heute bestreiten. Seit zwei Jahren sind sie ein freier Mann. Wenn wir auf das ganze juristische Prozedere schauen, sie sind in den USA auf Bewährung freigekommen. Es sind keine weiteren Rechtsmittel mehr möglich. Das heißt, Sie gucken ein bisschen schräg nach oben, vielleicht doch? Ich habe die Hoffnung auf eine Unschuldserklärung nicht aufgegeben. Aber tatsächlich, ich bin auf Bewährung entlassen worden. Und momentan gelte ich in den Vereinigten Staaten noch als verurteilter Doppelmörder. Ich hoffe, das wird sich ändern. Aber von wem soll denn diese Unschuldserklärung kommen? Von wem erwarten Sie das? Eine Unschuldserklärung kann ein Gouverneur jederzeit erlassen. Okay, wobei die Frage ist, welches Interesse hat ein Gouverneur in den Vereinigten Staaten von Amerika, so viele Jahre danach dieses Fass nochmal aufzumachen? Und vor allen Dingen, welcher Gouverneur hat dann den Mut, die Kritik auf sich zu nehmen, die dann auch noch dazukommen würde? Weil wenn man mich unschuldig erklären würde, hätte ich einen Anspruch auf 1,4 Millionen Dollar Haftentschädigung. Und das ist ja auch aus meiner Sicht einer der Gründe, warum ich keine Unschuldserklärung bekommen habe. Das heißt, Sie haben gar nichts bekommen? Ich habe nichts bekommen. Für die 33 Jahre? Für die 33 Jahre, weil unter anderem, meiner Meinung nach, Sie mir dieses Geld nicht geben wollten. Ist Ihr Hauptproblem, dass Sie jetzt Ihre Unschuld juristisch nie mehr in diesem Leben werden beweisen können? Ich glaube nicht, dass ich sie jemals beweisen werden kann, meine Unschuld. Und was ich beweisen kann für jeden Menschen, der halbwegs fair ist, ist, dass ich nie hätte verurteilt werden dürfen. Und wenn der Prozess heute gehalten werden würde mit all den neuen Beweismitteln. In den USA? Oder auch in Deutschland. Und mit der neuen Forensik würde ich nie verurteilt werden, wenn der Prozess heute liefe. Denn es gab ja in der Zwischenzeit DNA-Testergebnisse, die ganz klar gezeigt haben, das DNA am Tatort ist nicht mein DNA. Gut, auf der anderen Seite, damals als Sie in Großbritannien in Untersuchungshaft waren, haben Sie glaube ich vier verschiedene Geständnisse abgelegt. Gegenüber den britischen Ermittlern, gegenüber einem deutschen Staatsanwalt, gegenüber Psychologen. Und das macht natürlich Ihre Verhandlungs- oder Ihre Argumentationsposition nicht einfacher. Genau, das ist das grundlegende Problem. Ich habe damals die Polizei und andere Menschen belogen. Ich habe ein falsches Geständnis abgelegt. Damit habe ich mein eigenes Leben zerstört und anderen Menschen viel Unheil zugefügt. Sie haben, verzeihen Sie, dieses falsche Geständnis deshalb abgelegt, um Ihre Freundin zu schützen und ausgehend davon, Ihr Vater, Diplomat, dass Sie diplomatische Immunität dann irgendwie kriegen? Ja, und mein grundlegender Fehler war, mir war eine Feinheit in der Wiener Konvention zur diplomatischen Beziehung nicht bewusst. Normalerweise haben die Familienangehörigen von Diplomaten Immunität. Aber wenn der Diplomat gerade bei einem Konsulat arbeitet, so wie mein Vater, haben die Angehörigen keine Immunität. Und das war bei mir der Fall. Aber das wusste ich nicht, als ich dieses falsche Geständnis abgelegt habe. Eins noch kurz zu dieser US-Geschichte. Sie haben ein lebenslanges Einreiseverbot in die USA. Ja, das stimmt. Und Sie dürfen mit Ihrer damaligen Freundin, die ja auch verurteilt wurde, zu zweimal 45 Jahren Gefängnis, die auch vor zwei Jahren freigekommen ist, jetzt wohl unter anderem Namen und mit neuer Identität in Kanada lebt, zu dieser Frau dürfen Sie keinen Kontakt aufbauen, korrekt? Das stimmt. Warum? Das ist üblich so, wenn man auf Bewährung entlassen wird, dass man dann nicht die Opferfamilie kontaktieren darf. Und ironischerweise ist es ja so, dass meine ehemalige Freundin, obwohl sie ebenfalls für Mord verurteilt wurde als angebliche Anstifterin, auch ein Mitglied der Opferfamilie ist. Ihr Fall. Wir schreiben das Jahr 1985. Dieser Doppelmord an den Eltern ihrer damaligen Freundin. Ihre Flucht mit der Freundin nach Großbritannien. Die Verhaftung ein Jahr danach. Die Auslieferung in die USA. Wobei da eine Zeit lang zumindest im Raum stand, dass wenn sie ausgeliefert werden, ihnen die Todesstrafe droht. Korrekt? Ja, drei Jahre lang stand ich unter direkter Androhung der Todesstrafe. Bis zu diesem wegweisenden Urteil beim Europäischen Gerichtshof dachten wir alle, dass ich mit Sicherheit hingerichtet werden würde in den Vereinigten Staaten. Wie haben Sie diese drei Jahre überstanden? Für mich war das die schwerste Zeit. Denn ich dachte wirklich, ich würde sterben. Und ich habe mir aus einem zerrissenen Bettlaken ein Seil gemacht, damit ich mich erhängen konnte, bevor ich ausgeliefert werden konnte. Das hättet ihr auch gemacht? Ja, hätte ich gemacht. Denn ich wollte den Behörden in Virginia die Freude nehmen, mich hinrichten zu dürfen. Das wollte ich ihnen nie geben. Also es gab dann die Auslieferung. Es gab die Zusage, dass es kein Todesurteil gibt, dass sie nicht hingerichtet werden. Es gab einen Prozess, in dem sie dann zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurden. Wann war Ihnen während des Prozesses klar, dass, sagen wir mal, die Indizien, die gegen Sie sprachen, also die vier Geständnisse beispielsweise, dass das sozusagen dazu führen wird, dass es nichts mehr wird mit dem Freispruch? Eigentlich habe ich das bis zum Ende gedacht, dass ich doch freigesprochen werden würde. Denn es war ja so, dass mein Geständnis viele Fehler enthielt, die der tatsächliche Täter nicht gemacht hätte. Und außer dem Geständnis gab es kein einziges, stichhaltiges weiteres Beweismittel gegen mich. Und ich dachte, die Geschworenen würden das sehen. Wobei, wenn ich das einfügen darf, es glaube ich, eine Protokollnotiz damals gab, der britischen Polizei, wonach sie bei den Vernehmungen Täterwissen offenbart hätten. Und dafür gibt es ja eine Erklärung. Die Tatsachen, die Faktenlage am Fall wurde mir kommuniziert. Von wem? Darüber darf ich seltsamerweise aus juristischen Gründen in Deutschland nicht mehr sprechen. Es ist so, dass ich in Amerika über die Tat auf eine Art und Weise sprechen konnte, die mir in Deutschland nicht erlaubt ist. In Amerika hatte ich die volle Meinungsfreiheit. In Deutschland muss ich mich bei bestimmten Punkten aus juristischen Gründen zurückhalten. Okay, ich darf es sagen. In Amerika war es so, da konnten Sie sagen, Elisabeth, Ihre damalige Freundin, war es. Das dürfen Sie in Deutschland nicht sagen. Möglicherweise auch, weil der deutsche Anwalt von Elisabeth mit juristischen Konsequenzen gedroht hat. Deshalb Ihre Version in Deutschland, ich weiß es nicht. Habe ich das halbwegs stimmig und korrekt so zusammengefasst? Das stimmt. Und es ist ja auch tatsächlich so, ich war ja nicht am Tatort. Und tatsächlich kann ich ja nur Mutmaßungen anstellen, was dort geschehen ist. Denn ich war nicht dabei. Und was in der Tat nach geschehen ist, darüber darf ich nicht mehr sprechen, weil der Anwalt von meiner ehemaligen Freundin mir mit juristischen Konsequenzen gedroht hat. Nun ist es so, dass ich auch einen sehr guten Anwalt habe. Und der hat mir gesagt, Junge, sag was du willst, ich hau dich da raus. Aber dann würde ich vorsätzlich gegen deutsches Gesetz verstoßen. Und ich bin Bürger dieses Landes. Ich werde mich an die Gesetze halten, auch wenn ich einen guten Anwalt habe, der mich da raushauen kann. Jetzt haben wir einen Titel gespielt, der Scorpions Wind of Change aus dem Jahr 1991. Zu diesem Zeitpunkt, Jens Söring, waren Sie schon sechs Jahre im Gefängnis. Vier, ja. Vier. 86 bis 91. Nein, ich habe jetzt mit 85 angefangen. Aber ist ja wurscht. 85, britisches Untersuchungsgefängnis. 85 war die Tat. 86 war die Verhaftung. Okay, ich nehme alles zurück und Sie haben recht. Das heißt, wir reden über Zeitspannen, die irre sind. Also in Tschernobyl ist passiert, da waren Sie noch in Freiheit? Ja. Tschernobyl geschah am 28. April 1986 und ich wurde am 30. April 1986 verhaftet. Okay. Gorbatschow war der Präsident in der Sowjetunion, Kohl war Bundeskanzler, Mitterrand, französischer Staatspräsident, Margaret Thatcher, Großbritannien und Sie irgendwann in den USA. Sieben Gefängnisse über einen immens langen Zeitraum. Welches war der schlimmste Knast? Wallens Ridge State Prison. Wo ist der? Das ist im Südwestzipfel von Virginia. Das war ein sogenanntes Supermax-Gefängnis. Das wurde in den 1990er Jahren gebaut. Unter anderem war das etwas, was die Clintons, Bill und Hillary, damals in die Wege geleitet haben. Die Supermax-Gefängnisse waren für die sogenannten Superpredators. Das war ein großes Thema von Hillary gewesen. Für die Schlimmsten der Schlimmen. Und da wurde ich dann auch angeschossen mit einer Gummipatrone. Das war das schlimmste Gefängnis, in dem ich war. Von wem angeschossen? Von einem Wärter, einer Wärterin. Warum? Ein anderer Gefangener hatte seinen Müll in den Mülleimer getan, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten. Dafür wurde er angeschossen und ich wurde von einem Querschläger getroffen. Wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, dass man, wenn man nicht Opfer werden will, selber was tun muss. Beispielsweise sich eine körperliche Fitness antrainieren. Hat das in Ihrem Fall immer und überall geholfen oder sind Sie auch Opfer geworden irgendwann mal? Bin glücklicherweise nie Opfer geworden, was unwahrscheinliches Glück gewesen ist. Aber ich habe auch sehr viele Strategien verfolgt. Nicht nur das Krafttraining, sondern ich habe mich auch immer darum bemüht, in der Häftlingshierarchie aufzusteigen. Wie geht das? Ich habe unter anderem mich mit zwei anderen Häftlingen zusammengetan und Leihgeschäfte organisiert. Ich konnte diesen beiden Typen, die hießen Chuck und Arthur, zeigen, wie sie mit weniger Zeitaufwand mehr Geld verdienen konnten. Ich habe ihnen zum Beispiel Sachen beigebracht, wie dieses Prinzip Kundenservice. Auch im Gefängnis. Kundenservice im Gefängnis? Natürlich. Sie haben Ihre Schuldner als Opfer betrachtet. Wenn die nicht zahlen, werden sie verprügelt. Ich habe denen also erklärt, Leute, so läuft das nicht. Das sind eure Kunden. Wenn die in der Krankenstation sind, können sie ihre Schulden nicht bedienen. Behandelt eure Kunden besser. Dann können sie euch auch die Schulden abzahlen. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Und dadurch bin ich in der Häftlingshierarchie aufgestiegen. Aber die anderen Häftlinge konnten sehen, dass ich diesen beiden Typen wichtig war. Deshalb haben sie sich nicht mit mir angelegt. Denn dann hätten sie ja Ärger bekommen von Chuck und Arthur. Bedeutet, sie sind nie zusammengeschlagen worden? Sie sind nie vergewaltigt worden? Waren sie einmal nah dran an einer Vergewaltigung? Mehrmals. Also gerade in den 90er Jahren oft, würde ich sagen. Aber in der letzten Konsequenz ist es nie dazu gekommen. Und das ist ein unglaubliches Glück und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich habe auch die richtigen Strategien angewandt. Jens Söring, wenn man so lange im Gefängnis leben muss, dazu noch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Womit tut man sich am schwersten, jetzt abgesehen vom Eingesperrtsein, mit dem Lärm, mit dem Gestank, mit beidem? Das Schlimmste an der Haft ist die Sinnlosigkeit des Lebens. Das ist das, was meine Mithäftlinge vollkommen zerrüttet und zerstört hat. Die hatten gar keinen Grund, morgens aus dem Bett zu rollen und irgendetwas zu tun. Denn sie hatten überhaupt keine Hoffnung. Die meisten von denen, ich war in meinem Hochsicherheitsgefängnis, und die meisten von denen würden im Gefängnis sterben, die allermeisten. Deshalb sind die auch größtenteils gar nicht auf den Sportplatz gegangen. Die sind einfach liegen geblieben, haben Fernsehen geguckt, Karten gespielt und Drogen genommen. Und zwischendurch mal ihre Zellen mit Bewohnern vergewaltigt. Es gab ja gar keinen anderen Grund für sie, irgendetwas anderes zu tun. Und ich hatte diesen unglaublichen Vorteil, ironischerweise, dass ich gegen dieses Fehlurteil kämpfen musste. Ich hatte ja gar keine andere Wahl. Ich musste kämpfen. Sie hätten auch resignieren können. Nö, das geht nun überhaupt nicht. Das Urteil war eine Lüge. Ich habe die Tat nicht begangen. Und ich musste kämpfen, auch wenn es keine Hoffnung gab. Denn ich konnte diese Lüge nicht akzeptieren, die ich mir ja mit meinem falschen Geständnis selber eingebrockt hatte. Aber Herr Söring, man rebelliert und rebelliert und rebelliert und stellt den Antrag auf Freilassung und den Antrag auf Freilassung und den Antrag auf Freilassung und nichts passiert. Doch, es geschah immer etwas. Es gab immer kleine Schritte, kleine Fortschritte. Und große Rückschritte. Und große Rückschritte. Aber die kleinen Fortschritte haben mir gereicht. Und wenn es mal ganz hoffnungslos war, dann konnte ich auch immer etwas tun, um anderen zu helfen. Vorhin haben sie den Taichikus erwähnt. Das ist ja eine ganz wichtige Resilienzstrategie. Wenn man sich selber nicht helfen kann, kann man immer noch anderen Menschen helfen. Und dadurch beweist man sich selber, dass man immer noch fähig ist, etwas zu tun. Bedeutet das, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie in diesen 33,5 Jahren letztlich nie knapp vor dem Punkt waren, Ihr Leben wegzuschmeißen und Selbstmord zu begehen? Einmal im Sommer 2009, das weiß ich noch ganz genau, vom Juli bis zum September 2009 hatte ich drei Monate, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste. Es gab scheinbar keinen Weg vorwärts mehr für mich. Keine Front, an der ich kämpfen konnte. Und dann im September 2009 kamen die DNA-Testergebnisse. Und dann hatte ich wieder etwas in der Hand, womit ich kämpfen konnte. Dann konnte ich wieder weitermachen. Ansonsten, diese Tagesstruktur, die Sie vorgegebenermaßen hatten im Gefängnis, vollkommen klar. Dann kam in Ihrem Fall dazu körperliche Fitness. Sie haben, wenn das möglich war, im Gefängnis gejoggt. Sie haben dieses Krafttraining gemacht. Haben Sie auch meditiert? Ich habe neuneinhalb Jahre lang zwei Stunden am Tag meditiert. Immer während der Zählungen. Im Gefängnis wird ja ständig gezählt. Und da hatten wir so, es gibt fünf Zählungen am Tag. An drei dieser Zählungen habe ich je 40 Minuten meditiert. Also zwei Stunden am Tag. Das habe ich neuneinhalb Jahre lang gemacht. Haben Sie in diesen vielen Jahren Freundschaft geschlossen und Vertrauen aufbauen können? Ich hatte, zu den Mithäftlingen meinen Sie, ich hatte in, das kann man eigentlich nicht machen. Denn das sind ja wirklich gefährliche Menschen größtenteils. Aber in den 33 Jahren hatte ich tatsächlich drei oder vier Mithäftlinge, von denen ich sagen kann, das waren Freunde. Aber glücklicherweise hatte ich ja in der gesamten Haftzeit von Anfang bis Ende immer Menschen in der Außenwelt, die auf mich zugekommen sind und mich befreundet haben. Und zu denen konnte ich menschliche Beziehungen haben und auch Vertrauen. Und das war eine unglaubliche Hilfe. Also beispielsweise, um zwei Namen zu nennen, Karin Steinberger, eine Kollegin der Süddeutschen Zeitung, Markus Vetter, SWR-Journalist und SWR-Filmer. Gut, die würde ich jetzt nur nicht als Freunde bezeichnen. Karin Steinberger war eine Journalistin, ist sie immer noch und hat also ganz objektiv und seriös recherchiert. Markus Vetter ist ein Filmemacher, der ist auch ein seriöser Journalist, die würde ich auf keinen Fall als Freunde bezeichnen. Aber das waren ernstzunehmende Journalisten, die sich mit meinem Fall befasst haben. Ich meinte das jetzt auch nicht auf der freundschaftlichen Ebene, sondern auf der Ebene, dass man sich um etwas kümmert und erkennt, dass da ein Potenzial ist, für einen Menschen etwas tun zu können, der ganz offenkundig zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Das stimmt, das stimmt. Und glücklicherweise... Ja? Reden Sie weiter. Achso, glücklicherweise waren Sie ja nicht die einzigen. Vor allen Dingen gab es auch viele amerikanische Journalisten von der Washington Post und dem öffentlich-rechtlichen Radio in Virginia, die das auch erkannt haben und gute Artikel zum Thema geschrieben haben, die darauf hindeuten, dass ich es tatsächlich nicht war. Rückkehr ins Leben. Das ist der Titel des insgesamt siebten und neuen Buches, das Jens Söring geschrieben hat, über die letztlich anderthalb Jahre, ein Dreivierteljahre, die Sie jetzt nun in Freiheit und wieder in Deutschland verbringen. Im Übrigen unter Ihrem alten Namen und mit Ihrer richtigen Identität. Warum? Ganz zu Anfang haben mir einige Freunde geraten, ich sollte meinen Namen ändern und einen Neustart machen. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, aus zwei Gründen. Der erste ist, dass ich nicht glaube, dass man von seiner Vergangenheit weglaufen kann. Ich glaube, das geht nicht und ich will es nicht. Der zweite Grund? Der zweite Grund ist, wenn ich einen sogenannten Neustart gemacht hätte, dann wären diese 33 Jahre ein schwarzes Loch in meiner Biografie, ein reiner Verlust. Das wollte ich nicht akzeptieren. Ich versuche jetzt, etwas mit diesen 33 Jahren zu machen, eine Quintessenz daraus zu ziehen, die ich an andere Menschen weiterreichen kann. In welcher Form? Wie man mit Krisen und Notlagen umgeht. Bereich Resilienz. Und wenn mir das gelingt, wenn ich anderen Menschen in Notlagen helfen kann, mit dem, was ich erlebt habe im Gefängnis, dann werden diese 33 Jahre eine Art Schatz, aus dem ich schöpfen kann, um anderen zu helfen und auch eine eigene Existenz aufzubauen. Und dann sind sie nicht mehr ein Verlust. Wie weit sind Sie mit diesen Bemühungen, jetzt gerade auch unter Corona-Zeiten, wo ja alles schwierig geworden ist mit Coaching und diesen Dingen? Also die letzten anderthalb Jahre konnte ich natürlich nichts tun. Aber jetzt werden ja die Sicherheitsvorkehrungen gelockert. Ich habe verschiedene Coachings gemacht, um mich als Redner ausbilden zu lassen. Ich habe eine Agentur. Ich habe bereits drei Termine. Und ich hoffe sehr, dass man mir die Chance gibt. Denn ich habe wirklich etwas zu sagen. Die Methoden, die ich entwickelt habe, in diesen schrecklichen Umständen, kann man anwenden, in dieser Welt, hier draußen, um sich selber aus Notlagen und Krisen herauszuarbeiten. Wie schafft man es, das wäre sozusagen von außen betrachtet meine Überlegung, wie schafft man es, unter so extrem schwierigen Bedingungen wie in einem amerikanischen Gefängnis, äußerlich hart zu werden und innerlich weich zu bleiben? Das ist genau der Schlüssel, den Sie gerade eben beschrieben haben. Es ist aber auch tatsächlich so, weil ich immer diese Freundschaften hatte mit Menschen außerhalb des Gefängnisses, war es für mich möglich, innerlich noch weich zu bleiben, Vertrauen aufzubauen. Die meisten Häftlinge haben keinen Kontakt zur Außen- und Welt und die versteinern dann innerlich und verkümmern und letztlich zerrütten sie. Ja, kann es sein oder waren Sie mal in der Gefahr, dass nach vielen Jahren Gefängnissen Sie das Gefühl hatten, meine eigene Persönlichkeit beginnt sich aufzulösen? Ich weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, wer ich bin und wofür es mich gibt. Tut mir leid, hatte ich nie. Das ist aber auch eine ganz wichtige Sache, gerade zum Resilienzthema. Man muss ein richtig wichtiges Ziel haben, für das man kämpfen kann, auf das man hinarbeitet. Was ich gerade geschildert habe, haben Sie es, verzeihen Sie, bei anderen beobachtet? Also dass die sich selbst aufgegeben haben und es eine große Gleichgültigkeit plötzlich gibt, was da mit einem passiert? Absolut. Das hatten auch einige von uns im Gefängnis untereinander besprochen, dass die meisten Häftlinge werden zu Knackis. Die entwickeln dann diese knackige Persönlichkeit und das ist genau das, was man vermeiden muss. Man muss diesen inneren Kern bewahren von sich selber und das ist ganz wichtig. Jetzt sind Sie seit dem November 2019, also seit knapp zwei Jahren, ein freier Mensch, leben wieder in Deutschland nach 33 Jahren Haft in den Vereinigten Staaten von Amerika. Haben Sie sich mal überlegt, einen kompletten Cut zu machen? Also all das, was war, wegzugeben, wegzusperren, abzuheften unter der Rubrik, ist passiert, ist aber nicht mehr rückholbar. Mit anderen Worten, ich beginne ein neues Leben und belaste mich nicht mit den alten Sachen. Wie gesagt, ich halte das nicht für möglich und ich möchte es auch nicht tun. Ich werde mich darum bemühen, ich will nicht von meiner Vergangenheit weglaufen und ich werde mich darum bemühen, mit dieser Vergangenheit jetzt etwas aufzubauen, ein neues Leben, basierend auf dieser Vergangenheit. Okay. Dieses neue Leben aufbauen bedeutet aber gleichzeitig, Sie müssen das neue Leben ohne eigene Familie aufbauen, weil es zum Bruch gekommen ist mit dem Vater und mit dem eigenen Bruder. Können oder wollen Sie über die Hintergründe dieses Bruchs sprechen? Über die Hintergründe nicht. Ich möchte hier nur noch einmal sagen, dass meine ganze Familie und besonders mein Vater sich 15 Jahre lang von 1986 bis 2001 für mich eingesetzt haben und zwar ganz fantastisch und ich bin Ihnen allen sehr dankbar dafür. Dann gab es 2001 einen Bruch über einen Grund, der nichts mit der Tat zu tun hat, sondern es war eine ziemlich normale Familienangelegenheit und ich möchte hier die schmutzige Wäsche nicht öffentlich waschen. Diese Menschen haben genug unter mir gelitten. Es gibt ja keinen Grund, darüber zu sprechen. Sie hatten in Ihrem Leben lange, lange ist es her, diese einzige große toxische Beziehung zu einer Frau. Können Sie sich vorstellen, dieses im Hintergrund nochmal neu anzufangen, sich zu verlieben, eine Beziehung zu beginnen? Das ist natürlich eine Hoffnung von mir. Aber wie Sie gerade angedeutet haben, bin ich ja vielleicht mehr als jede andere Beziehung ist geschädigt und gerade in diesem Bereich ist es schon schwer, Vertrauen zu fassen. Dazu kommt noch, dass wir jetzt gerade diese Corona-Krise hatten, wo es wirklich so gut wie unmöglich war, Frauen kennenzulernen. Es gab kein Nachtleben, keine Bars, keine Konzerte, wo man vielleicht jemanden mal kennenlernen konnte. Und Dating-Apps sind ja vielleicht für mich nicht das Richtige in meiner Situation. Aber gut, ich habe immer noch Hoffnung in diesem Bereich. Aber Sie können das oder Sie wollen das auch für sich nicht ausschließen. Sie lassen es dann ein Stück weit auch auf sich zukommen? Kann man so formulieren? So kann man das formulieren, ja. Gibt es, wenn man 33 Jahre Gefängnis in den USA überstanden hat, noch irgendetwas, wovor man Angst hat? Nein. Sie haben keine Angst vor Krankheit? Nein. Keine Angst vor dem Sterben? Nein. Ich musste ja drei Jahre am Anfang meiner Haft unter anderem der Todesstrafe leben. Tatsächlich ist es so, dass ich habe innerlich damals schon mit dem Gedanken meines eigenen Todes vollkommen abgeschlossen. Ja. Jetzt ohne in Gänze dieses Fass auch noch aufmachen zu wollen, das klingt natürlich schon auch nach einer inneren Verhärtung. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite vorhin darüber gesprochen, dass man innerlich weich bleiben muss. Wie geht das zusammen? Für mich, ich empfinde das so, dass ich, weil ich keine Angst habe, mich auf jeden Tag freue. Jeder Tag ist für mich ein neues Abenteuer. Ich gehe da mit so einer Freude gerade rein. Das ist so schön für mich. Gerade, und das ist etwas, was lernt man hier in der Meditation, dass man Dinge loslassen muss. Man muss sich von diesem Drang, etwas zu besitzen, muss man sich innerlich befreien. Und so lebe ich mein Leben jetzt. Ich bin vollkommen offen. Lass den Tag auf mich zukommen. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für die Zukunft. bis zum Drang, bis zum Drang, Vielen Dank.